Wie ist die Wiedergeburt im Alten Testament? Wie ist die Wiedergeburt im Alten Testament? Aber man findet Bilder, zum Beispiel die Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat, wie ja Jesus das auch Nikodemus erläutert und erklärt. Es gibt im Alten Testament eine Vorherschattung, eine Typologie für die Wiedergeburt des Neuen Testaments. Und diese Typologie ist, ganz eng umrissen, das Bild der Geburt. Die Geburt im Alten Testament, die finden wir sehr, sehr häufig, das Bild der Geburt. Aber das muss natürlich ausgelegt werden, genauso wie die eher eine Schlange in der Wüste ausgelegt werden muss auf Golgatha. So muss das Bild der Geburt, diese Typologie, auch ausgelegt werden auf die neutestamentliche Wiedergeburt. Jesus spricht ja mit Nikodemus in Johannes 3 über zwei Themen, über Golgatha und über die Wiedergeburt. Für Golgatha gibt er ihm ein Bild aus dem Alten Testament und erklärt das auch. Er gibt ihm eine Typologie. Also Mose hat in der Wüste die Schlange erhöht und so ist Christus auf Golgatha erhöht worden und für uns zur Sünde gemacht. Ein Bild für die Schlange. Die Juden können das Bild nicht erklären. Warum? Weil denen Golgatha fehlt. Aber wir Christen können das erklären. Das Zweite, worüber Jesus mit Nikodemus spricht, ist die Wiedergeburt, aus dem Geist Gottes geboren zu sein. Aber dafür gibt er Nikodemus kein Bild aus dem Alten Testament. Aber ihr seht den Text hier nebenan und ich lese den mal so auch kurz vor, weil der trieft geradezu vor dem Thema der Geburt. Jesus antwortete und sprach zu ihm wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, ganz wie die modernen Theologen auch, ganz irdisch gesinnt, ganz biologisch, denkt er, so wie heute. Heute auch über den dritten Tempel gedacht wird oder über viele andere Themen. So antwortet Nikodemus auch damals. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Geist, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? Also diese Texte, diese Verse, die Jesus hier sagt, die triefen geradezu vor dem Thema der Geburt, der neuen Geburt. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt nicht, du brauchst einen neuen Geist oder du brauchst ein neues Herz, sondern er sagt zu Nikodemus, du musst komplett von Neuem geboren werden. Hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, dann wäre Nikodemus wahrscheinlich Hesekiel 36 und 11 eingefallen, weil der Nikodemus als der Lehrer Israels ganz sicher das ganze Alte Testament auswendig gekannt hat und insbesondere die Stellen in Hesekiel. Jesus tut das aber nicht, sondern Jesus spricht davon, dass jemand von Neuem geboren werden muss. Und wir müssen uns in diese Zeit zurückversetzen, als das Neue Testament noch gar nicht geschrieben war, als dieses Gespräch hier geführt wurde. Und wenn Jesus hier spricht davon, dass Nikodemus von Neuem geboren werden muss, dann überfordert er Nikodemus und er tut das absichtlich, weil Nikodemus nämlich kommt und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, du hast gar nichts verstanden, du kannst auch gar nichts verstehen. Du kannst nicht verstehen, wer vor dir sitzt, außer du bist von Neuem geboren. Und Nikodemus ganz irdisch, ganz menschlich, ganz biologisch sagt, kann ich denn wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von Neuem geboren werden? Wie soll das gehen? Und Jesus tadelt ihn, weil er sagt zu ihm, du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht. Ja, steht in meiner Lutherbibel, in anderen Bibelübersetzungen steht, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Habe ich meinen Kindern gesagt, ganz wichtiger Bibelfers, Johannes 3, Vers 10. Könnt ihr im Religionsunterricht euren Religionslehrer fragen, was steht in Johannes 3, Vers 10? Da wird er wahrscheinlich sagen, das weiß ich nicht. Und dann könnt ihr sagen, da steht, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht. Da ist man so am Rande. Dieses ganze Kapitel trieft vor dem Thema Geburt. Und dasselbe finden wir auch in Jesaja 7. Jesaja trieft auch von diesem Thema der Geburt und ist ein Bild, ein prophetisches Bild auf die Wiedergeburt im Neuen Testament. Wir haben in Jesaja 7 das Thema Geburt. Wir haben in Jesaja 8 das Thema Geburt. Wir haben in Jesaja 9 das Thema Geburt. Wir haben in Jesaja 66 das Thema der Geburt. Und auch noch einige Male mehr, die ich jetzt hier nicht aufzählen will. In Jesaja 7, Vers 14 steht, Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau oder eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Thema der Geburt in Jesaja 7. Jesaja 8. Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn, raube bald Eilebeute. Wieder das Thema der Geburt, Schwangerschaft, Geburt. Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Finde ich wunderschön. Ein Kind ist uns geboren und sein Name ist Ewigvater. Kind, das Kind ist Vater. Christus ist Gott. Das spricht von der Dreieinigkeit. Im Alten Testament, da kommt man nicht so schnell dran vorbei. Weitere Stellen gibt es im Alten Testament, die so schräg sind und so quer, dass man daran geradezu sich stoßen muss. Dass man sagen muss, was schreibt denn da der Prophet? Jeremiah 4, 31. Denn ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Angst als einer, die in ersten Kindsnöten ist. Ein Geschrei der Tochter Zion, die da klagt und die Hände auswirft. Ach wehe mir, ich muss schier vergehen vor den Bürgern. Jerusalem wird angegriffen, die Tochter Zion wird angegriffen von den Babyloniern, zur Zeit Jeremias. Und Jeremia vergleicht dies mit dem Geschrei einer Gebärenden, einer Angst als einer, die in ersten Kindsnöten ist. Wieder das Bild der Geburt. Jesaja 6, wenn wir von ihnen, nämlich von den herannahenden Babyloniern, hören werden, so werden uns die Fäuste entsinken. Es wird uns Angst und Weh werden wie einer Gebärerin. Geburt, schon wieder. Jeremia 13, 21. Was willst du sagen, wenn er dich so heimsuchen wird? Gott spricht zu Zion. Über den Babylonier. Denn du hast sie so gewöhnt, wie der dich, dass sie Fürsten und Häupter sein wollen. Was gilt's? Es wird dich Angst ankommen, wie ein Weib in Kindsnöten. Ja, also auch Jeremia ist voll von diesem Thema. Jeremia 30, Vers 6. Forsche doch und seht, ob ein Mann gebären könne. Jetzt wird's komplett strange. Und das müssen die Ausleger erst mal erklären, was hier steht. Forsche doch und seht, ob ein Mann gebären könne. Nein, sagt er, Männer können nicht gebären. Das war schon immer so und das bleibt auch so. Wie geht es denn zu, dass ich alle Männer sehe mit Händen auf ihren Hüften, wie Weiber in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Das ist so schräg. Ja, jetzt sagt Jeremia sogar, Männer gebären Kinder. Ja, das hat nichts mit unserem heutigen Irrsinn zu tun hier, sondern mit biblischer Prophetie. Das ist das Bild der Geburt, der Wiedergeburt. Wer wird wiedergeboren? Zion. Wann? Wenn Zion belagert werden wird in der Endzeit. Jerusalem hat schon mal geboren und zwar vor 2000 Jahren. Also ist, wenn Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren wird, das nicht das erste Kind Jerusalems, sondern Jerusalem hat ja schon mal geboren vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Wenn also Jerusalem in der Endzeit gebären wird, dann ist sie keine Jungfrau mehr, sondern eine junge Frau. Warum? Weil der Staat Israel jung ist. Das ist das, was die Prophetie sagt. Und so wird auch aus der Prophetie in Jesaja ein Schuh. Sie gebiert, ehe ihr Wehe wird, steht in Jesaja 66, Vers 7. Sie gebiert, ehe ihr Wehe wird, sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Wer hat solches hier gehört? Wer hat solches hier gesehen? Kann auch ehe denn ein Land, die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Wann denn? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Warum hatte Zion damals keine Wehen? Naja, weil Zion damals nicht belagert gewesen ist. Die Römer waren im Land, aber es gab kein Kriegsgeschehen. Und von Pfingsten vor 2000 Jahren, davon spricht Jesaja 66. Da war zum ersten Mal Wiedergeburt in der Heilsgeschichte Gottes. Neutestamentliche Wiedergeburt in Jerusalem zu Pfingsten. Während Petrus dort gepredigt hat. Und das sagt Jesaja vorher in Jesaja 66 mit dem Bild der Geburt und der Wehen. Hier haben wir also den direkten Schlüssel, den direkten, wie soll man da sagen, Zirkelschluss und die enge Verbindung zwischen diesem alttestamentlichen Bild der Geburt und der neutestamentlichen Erfüllung zu Pfingsten. Das ist wichtig bei der Auslegung und beim Verständnis der alttestamentlichen Stellen. Denn es gibt derer noch sehr, sehr viel mehr. Das Bild für die neutestamentliche Geburt, der Typus, die Typologie im Alten Testament ist das Bild der Geburt. Sarah gebiert im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung. Jerusalem gebiert im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal einen wiedergeborenen Überrest. Das sind die Bilder, von denen das Alte Testament schreibt. Und nach diesen Bildern suche ich. Das ist der Typus. Wiedergeburt im Neuen Testament ist der Typus Geburt, Wehen, Gebären im Alten Testament. Das ist der Schluss, den wir haben, der besonders in Jesaja 66 sehr deutlich wird. Und nach diesen Bildern suche ich. Nach diesem Typus suche ich. Ich werde immer wieder auch angeschrieben und dann wird gesagt, also wenn in Jesaja 44 Stunden das Wasser auf trockenes Land gegossen wird, das wäre ein Bild auf die Wiedergeburt. Das ist kein Bild auf die Wiedergeburt. Das muss man so weit dehnen, diesen Vers. Man muss den so weit dehnen in seiner Bedeutung, um irgendwie damit auf Wiedergeburt zu kommen im Neuen Testament. Das ist nicht okay und das macht auch keinen Sinn, diese Verse zu nehmen. Das sind keine Typologien und auch keine Analogien auf die neutestamentliche Wiedergeburt. Das sind vielleicht Interpretationen. Oder wenn ein neues, lebendiges Herz gegeben wird im Jesaja 36, da habe ich ja öfters schon von gesprochen. Natürlich ist jemand, der im neutestamentlichen Sinn ein neues Herz hat und jemand, der im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist hat, der ist dann auch Christ. Und dann ist er natürlich auch wiedergeboren. Aber Jesus sagt zu Nikodemus nicht, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, sondern Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und dieses Geheimnis, das ist dem Nikodemus verborgen gewesen, kann man gut verstehen. Der Mann war nicht wiedergeboren, der war alttestamentlicher Pharisäer. Es gab damals noch kein neues Testament. Es gab noch keine Endzeitreden Jesu. Es gab noch keine Briefe von Paulus, der uns das erklärt hat und ausgelegt hat. Das war alles noch nicht vorhanden. Der Mann hat aus dem Alten Testament gedacht. Was mich so schockiert ist, dass die Ausleger heute genauso alttestamentlich denken wie Nikodemus. Das schockiert mich. Denn die denken ja wie die Juden. Die denken irdisch. Wenn es darum geht, um einen Tempel Gottes in der Endzeit, dann glauben die nicht, dass das mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun hat, sondern dann sagen die, ja, da wird noch ein Tempel gebaut von den Juden. Und in diesen Tempel, das ist dann der Tempel Gottes, da setzt sich dann der Antichrist rein. Das ist vollkommen absurd. Und wenn Paulus von einem Tempel Gottes schreibt, hätte er niemals einen jüdischen Tempel gemeint. Niemals. Weil im ganzen Neuen Testament, wenn er den Tempel Gottes erwähnt, dann meint er immer die Gemeinde Jesu. Dann müsste aber Gemeinde Jesu irgendwann physisch vorhanden sein. Was ist es, wenn Jerusalem wiedergeboren ist? Dann ist in Jerusalem Gemeinde Jesu. Und in diesen Tempel Gottes setzt sich dann auch der Antichrist. Damit ist dieses Geheimnis eigentlich von 2. Thessalonischer 2 zu verstehen und auch gelüftet und auch sinnvoll erklärt. Das heißt also, die Neu-Testamentliche Wiedergeburt wird im Alten Testament mit einem ganz bestimmten Typus vorhergesagt. Und zwar mit dem Typus der Geburt und nicht damit das Wasser auf Land gegossen würde oder dass jemand Gottes Geist oder ein neues Herz bekommen hätte. Der Typus für das Thema Wiedergeburt im Neuen Testament ist das Thema Geburt, Geburtswehen, Schwangerschaft. Bei wem? Naja, speziell bei der Tochter Zion. Die wird schwanger. Und zwar in Jesaja 7, in Jesaja 8 und eigentlich auch in Jesaja 9. Was ich euch damit ganz kurz zeigen will, da gibt es viel, viel mehr Bibelstellen davon. Da gibt es Bibelstellen in Mischar 4 und in Mischar 5 und in den Psalmen. Jesus spricht von den Wehen für die Endzeit. Das wird von manchen Schweizer Theologen auch immer so ausgelegt, dass das über die ganze 2000-jährige Gemeindezeit gegangen ist. Warum tun die das? Weil die nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Und dann behelfen sie sich und setzen diese Dinge in die Welt, die aber in der Bibel überhaupt nicht stehen. Warum nicht? Weil wir uns zwischen den ersten 69 und der letzten 70. Jahrwoche befinden. Da gibt es keine Prophetie für die Nationen. Und diese Wehen, von denen Jesus spricht, die beziehen sich auf die letzte 70. Jahrwoche und die hat noch nicht angefangen. Wüssten die von der Wiedergeburt Jerusalems? Oder würden sie das akzeptieren, wenn auch nur als Arbeitshypothese? Dann hätten sie Antwort auf diese Themen. Warum Jesus für die Endzeit von Wehen spricht. Oder auch Paulus von Wehen und Geburtswehen. Warum die ganze Schöpfung in Wehen liegt. Das sind ja alles Themen, die man im Zusammenhang mit diesem Typus, mit dieser Typologie der Wehen im Alten Testament lösen könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich da mehr professionelle Theologen mit beschäftigen würden, weil das der Gemeinde Jesu guttun würde, weil die Zeit drängt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da noch haben, diese Dinge alle zu sagen. Denn irgendwann wird es auch so sein, dass das Christentum und das Evangelium, das Predigen des Wortes Gottes verboten wird. Wir sehen das ja alle enthalten. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, sagt Jesus. Aber bis dahin tun wir es und bis dahin spreaden wir das Evangelium so weit, wie es irgend geht und freuen uns über diese Details, die wir im Alten Testament finden dürfen, weil wir daran sehen können, dass das inspiriertes Gotteswort ist. Gottes Wort ist wahr. Und das ist das Schöne dabei. Und ich staune, dass gerade professionelle Bibelausleger sich gar nicht dazu äußern oder mit so viel Unverständnis. Ja, das ist fast so, als ob so ein Nicodemus vor einem sitzt. Ja, damit wiederholt sich eigentlich das, was in der Bibel steht. Und irgendwie scheint es, als ob wir uns mitten in der Schrift befinden. Ja, es wird biblisch. Jesus kommt. Ja, schöne Sache. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr diese Gedanken auch mitteilt. und beten wir, dass noch viele Verständnis finden in den Dingen. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ich freue mich, dass ihr das, was in der Bibel steht.